so gibt es das level auch noch mal in schweren oder in interessant gibt es davon eine usk 18 version das war die gerade muss ich eigentlich ins bett ja ja die firma muss morgen auf sich verzichten ich bin der unwichtigste mensch in der firma sagt der chef auf wen warten wir denn auf dupte warum sagt mir das keiner ich muss rein suchen ja ich auch alter wie lang wer hat das so komische smileys so dunkle rote ich weiß nicht wo man landen muss ist doch ganz einfach wo man lang muss ich habe das so seit jahren nicht mehr und so wieso hast du fünf schläge gebraucht weil jemand mir am anfang im wege stand ich hoffe ich das klingt äußerst romantisch was sind jetzt los ich verkacke elendig genau da ein stand echt echt ich sage es jetzt nicht aber ich bin tatsächlich und auf dem zweiten beide ja und die die letzte aber ja natürlich ist da helfe ich dir nicht bei ich habe nicht mehr einholen doch deine klappe ja nein du musst in das fenster in das fenster in das fenster mann 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 wir machen jetzt wird der erste duftet der erste noch jetzt ja genau noch jetzt nicht mehr gleich doch ihr seid beide auf 1 ihr seid beide auf 1 auf 2 und von digi redet man keiner ich habe noch nie von digi geredet er ist digi was das für ein heckenpenner jetzt arbeiten ich bin so dumm das stimmt ich bin so dumm ich bin so dumm ich von schule ist doch alles gut. Nee, warum bin ich so dumm? Du kannst deinen Namen tanzen, ne? Noch nicht mal das. Dann warst du ja noch nicht mal auf der Walldorf. Was hier? Nein! Die Alex wieder auch am Arsch. Ich bin drin! Birdie! Birdie, Birdie. Nein! Nee, das kommt eigentlich nicht danach. Nee. Nein! Ich weiß noch, die einfachen Löcher, die kriege ich nicht hin. Die einfachsten Sachen. Tschüss, erster Plan. Nee, bis weiter erster. Ach, was? Echt? Was? Ja, weil ich so schlecht bin. Ihr lasst mich doch jetzt gewinnen, oder? Nein. Nee, eigentlich nicht. Oh, jetzt kommen hier die Cheater. Ja, da cheatet der immer. Nee, ich krieg's nicht hin. Scheiße, Mann! Hallo! Hallo! Jo! Nice! Nice, das ist scheiße! Ja, nee! Ich hab mir den Trick extra von dir abgeguckt. Gibt's? Nee! Mui! Ich bin Zweite! Zweite! Nein! Nein! Scheiße! Ja, jetzt! Was? Komm, lass mich doch nicht letzter werden, bitte! Noch bist du Vorletzter, aber ganz knapp zwischen euch beiden! Äh, sicher? Ah, ich probier's! Hey! Hey! Ah, die Scheiße! Nein! Äh! Ja! Was für ein Glück! Moment! Muss ein Lamm! Da muss ich Lamm! Okay! Hä? Scheiße! Noch kannst du mich dingeln. Dingzen? Was macht der denn da? Ja, das habe ich mich immer auch gefragt. Bist du jetzt darauf, wo du hin willst und es ist falsch? Der echt dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Kann ich mal in Pinkeln gehen? Ja. Ja, ja. Ich traue mich nicht. Das Schwimmste ist, ich müsste sie auch noch mal, aber ich traue mich auch nicht. Der war falsch. Ach, da ist noch so eine wunderschöne Schaluck. Nein, was machst du denn? Doch nicht auf die. Aus dem bist du noch gekommen. Oh. Was sind hier noch eine? Ja, die da oben, die drei. Da musst du hin. Da oben musst du hin. Oh, das war ja gar nicht mal so gut. Nee, wirklich nicht. Das sehe ich eh nicht. Bin ich blind oder? Oh, The Blind Side. Geiler Film. Wow. Respekt. Komm, Baby, jetzt mach ihn auch rein, ne? Baby. Nein, irgendwo links. Oh, scheiße. Also, er gewinnt nicht mehr. Oh, hi, Fanetik. Hi, hi. Hey, Fanetik. Hi. 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 Hi, Tatei. Oh, die Kloch, Mensch. Space sexy. To the sky. Die Kloch. What's next? Was soll das? Warum ist das? Salamander. Beine auf, Salamander. Nein, weiß nicht meine Ernst. Einmal Albatros. Nee, was mach ich denn hier? Ich wollte gerade fragen, Schatz, was machst du da? Du musst nicht von der einen auf die andere Seite spielen. Es würde einfacher gehen, wenn du durchs Loch gehst. Ich mag diese Map nicht. Ich mochte die noch nie. Nein. Ich bin immer noch Zweite. Und ich glaube, ich bleibe auch Zweite. Na, ich werde Letzter. Du, du, ich glaube, dich hole ich nicht mehr ein. So, nur Achtwege. Ja, trotzdem. Ich glaube, dich hole ich nicht mehr ein. Also, möchte ich auch gar nicht. Ich gönne dir auch den Sieg, davon mal ganz abgesehen. Ja, genau, links, rechts, ist das schon mal gut. Links, rechts, Kombination. Links, rechts, ja. Komm, geh doch rein. Oh, du kleiner Pum... Du kleiner Pum... Du kleiner Pallos. Bin ich Letzter? Ja, ich hab's eigentlich geschafft. Oh, nein. Auch das noch. Komm. Nein, fast hole in one. Oh. Fast. Nein! Nein! Oh, wie geil. Ich liebe diese Map. Ich liebe diese Map. Da kann ich so schön verlieren. Diggi auch. Ja, ich gewinn sonst immer. Ich bin ja erfolgsverwöhnt. Ja, bist du. Ja, tatsächlich. Du hättest ihn beim letzten Mal erleben müssen, wo er mit mir und Sio gespielt hat. Ne, mit Sigi war's, glaube ich. Stimmt, mit Sigi. Und wie oft er da gewonnen hat und wie verliebt er da war. Bis auf ein Spiel hab ich alle gewonnen. Ja. Na gut, Diggi hat mit mir gespielt. Ja, cool. Ich hab schon gesagt, wir sind nur acht Schläge, ne? Du bist jetzt auf den ersten. Oh, scheiße, stimmt. Ich hab's noch gesagt. Ey, aber ganz ehrlich, ich hätte den Sieg gegönnt. Dir ja, den anderen nicht. Ich wollte euch was sagen, ich gewinn das noch. Ich mach jetzt alles hole in zero. Hole in zero. Ja. Alter, vier. Bester Schied. Alter, vier. Alter, wo ist die Any-Key-Taste? Juhu. Ist drin. Yay. Das frage ich mich bis heute. Wo ist die Any-Key-Taste? Ach, geht schon weiter. Press Any-Key. Oh, nee. So, wohnen wir hier. Irgendwie. Ja, nee. Wo muss man denn da hin? Oh Gott, nicht wieder so eine beschissene Kanone. Oh, nein. Jo, bin drin. Oh, nö. Oh, scheiße. Einmal Albatros. Oh, nö. Ja, doch, ne? Oh, nö. Oh, nö. Da kommt noch solche Ideen hier. Ich. Aida, du krankst Smiley, sehe ich gerade. Ist ja geil. Jetzt erst. Ja, richtig. Nein, 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 nein. Och, nö. Yo. Geil. Birdie. Paar. Wie frech ist das denn? Erst mal schön hinter den ganzen Kram auch noch Alter, High Fanatics. Ja, Mann. Yamas Tee. Yamas Tee. Mamas Tee. Konnichiwa. Konnichiwas. Konnichiwa. Agent Du? Was? Agent Du? Nein, bleib drauf. Oh, du Kleiner. Oh nein, keine Kanonen. Keine Kanonen. Hey, ich bin mit den Kanonen so ein bisschen auf Kriegsfuß. Wip. Okay, probier. Oh, Frischi, Wächter. Frischi! Wächter, hab ich gesagt. Kann doch nicht machen. Klar. Du brauchst auch immer, dass man nicht reinkickt, ne? Jo. Jo. Jetzt meinst du ehrlich. Oh. 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 Noschi! Hm, nein! Nein! Doch! Doch! Nein! Doch! Gehst du da mal weg? Hey! Hey! Ich bin wieder am Anfang! Oh Mann! Ja, krass! Kein Loch am Ende! Wenn du da einfach stehst. Hallo? Nö. Das kann ja wohl nicht... Nö. Nein! Ich hab's übersehen! Ist das frech gewesen? Ich bin aus dem Loch wieder raus geflupst. das ist ja mega gemein. Ja, voll frech gewesen. Ja... Verstehe ich nicht sowas... Wer macht sowas? Oh ne, nicht das Loch. Kennst du eins, kennst du alle. Wem ist schon wie einer? Mist. Scheiß gezielt. Oh nein, bist du ein kleiner Gladiator. Kudaranai. Scheiße. Nein! Schöner Steak. Ist doch wie bei uns an der Küste, du. Da haben wir auch Steaks und so. Danke. Manche sind auch von Rindern. Ich bin ja auch mit reingekommen. Nein! Nein! Oh Gott! Das war schon fast gut. Ei, 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 ei. Oh, ich führe ja immer noch. Ach, das war's doch gar nicht? Nein. Nein, knapp am Hole enden vorbei. Ja, ich bin auch ganz knapp dran vorbei. Schönes Deck würde ich behaupten. Gut gedeckter Tisch. Gut gedeckter Tisch. Ich bin fly entdeckt dich. Yes! Ich glaube, ich bin ein Erster. Wie? Nein. Das war gerade mein zweiter Schlag. Das ist ja frech. Alter, ich bin nicht Letzter. Ach so, wenn man es zurück setzt, dann bekommt man einen Strafschläge oder was? Jo. Ach Mist. Dann habe ich ja voll viele Schläge gerade verschenkt. Auch in Letzter. Nein, jetzt ist ich dein Ernst. Außer bei F. Bei F nicht, aber bei R. Meine ich. Bis zum nächsten Mal.